Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Freitag wird es etwas wärmer als heute. Bei Tageshöchstwerten um die 6 Grad starten wir mit einem bedeckten Himmel in den Tag. Gegen Mittag reißen die Wolken auf und die Sonne lässt sich gelegentlich blicken. Bei ähnlichen Werten beginnt der Samstag recht freundlich. Im Tagesverlauf zieht es sich zu und es beginnt zu regnen. Am Sonntag klettert das Thermometer bis auf 5 Grad. Der Himmel bleibt überwiegend zugezogen. Gelegentlich lässt sich auch die Sonne blicken. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Mit einer ähnlichen Wetterlage starten wir in die neue Woche. Bei Tageshöchstwerten um die 6 Grad dominieren am Montag Wolken den Westsachsenhimmel. Gelegentlich gibt es auch sonnige Momente. Die Halle von München